Sag mal, wie nervös ist man so auf dem roten Teppich? Ja, eigentlich okay, weißt du. Danach denkst du nur, oh man, ich war so peinlich oder sowas. Aber in dem Moment denkst du einfach nur so gar nichts. Wie lange hast du heute überlegt, was du bei so einer Veranstaltung anziehst? Gar nicht so lange. Ich wusste nicht, dass ich das hier einfach anziehe. Ich habe so ein Konzert, weißt du, ich habe immer diese schwarzen Hosen, ich habe immer diesen Pullover, aber heute habe ich diesen Rollkragenpullover drunter gezogen, weil es eben so kalt war. Hast du einen Lieblingsmoment von den Dreharbeiten aus Staffel 3? Weißt du, so wie wir jetzt zusammen alle arbeiten, ist es eigentlich von vorne bis hinten, dann wird ich wirklich cool und bringt eigentlich immer Spaß, muss ich eigentlich sagen. Der Trailer verrät, es wird sehr weihnachtlich. Ist die Discounter Staffel 3 jetzt eine Weihnachtsserie? Oh Gott, das wäre natürlich schrecklich, aber wahrscheinlich in einer gewissen Art und Weise schon. Der Supermarkt, eine sehr zentrale Rolle. Was kaufst du denn immer, wenn du einkaufen gehst? Eier. Und wen wolltest du schon immer mal grüßen auf dem blauen Teppich? Meine Mutter.